Kuhnke – Lösungen für die mobile und industrielle Automation Unsere größtenteils kundenspezifisch entwickelten Produkte stehen für schnelle Kommunikation über Industrial Ethernet und kostengünstige Funktionsintegration. Die mobile Automation befindet sich im Aufbruch zu vernetzbaren Steuerungen und innovativen Bedienkonzepten. Die Herausforderung dabei für unsere Kunden ist die Implementierung der neuen Technologien. Kuhnke unterstützt hierbei mit einer durchgängigen Produktplattform und entsprechenden Engineering-Leistungen. 2011 ist das beste Jahr für die Firma Kuhnke in der Firmengeschichte. Codesys und Isacard sind die Trends, auf die Kuhnke schon sehr frühzeitig gesetzt hat. Anfangsinvestitionen lassen sich bei Serienmaschinen durch wesentlich geringere Stückzahlkosten schnell amortisieren.